Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quick-Tipp am Montag hier im Recording-Blog und heute wollen wir uns mal mit den drei mitgelieferten Kompressoren aus Studio One auseinandersetzen. Vielleicht ist es nicht so Studio One spezifisch, wie du jetzt als erstes denkst, denn es geht um drei Kompressoren, die im Prinzip bei fast jeder DRW heutzutage dabei sind. Ein normaler Kompressor mit allen Einstellungsmöglichkeiten, die ein moderner Kompressor heutzutage in einer DRW haben kann, also das Standardwerk quasi, was auch zum Beispiel bei Logic dabei ist oder sicherlich bei deiner DRW auch, falls sie nicht Logic oder Studio One sein sollte. Dann gibt es einen Klon, also eine Nachbaute vom 1176-Kompressor, der berühmte 1176-FET, also Transistor-Kompressor und der LA-2A-Kompressor, auch eine Nachbildung. Alle drei sind jetzt hier in dieser Form im FET-Channel integriert bei Studio One und sicherlich wird deine DRW auch eine Nachbildung davon haben. Also kannst du die Prinzipien oder die Antworten, die wir heute erarbeiten, auf jeden Fall auch in deine DRW übertragen. Grund für dieses Video ist eine Frage von Jörg, die mir so ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht hat, aber ich lese dir erstmal die Frage vor. Wir schauen mal, was Jörg gefragt hat, denn Jörg hat geschrieben, kannst du mal Quick-Tipp oder Frage der Woche oder als E-Mail-Antwort oder, oder, oder erklären, wie die Unterschiede bei den drei mitgelieferten Kompressoren bei Studio One 4 liegen. Klar, der FET-Kompressor im FET-Channel hat keinen Threshold, keinen Ratio und wird ganz anders bedient, das ist mir klar. Meine Frage, welchen der drei Kompressoren für welchen Zweck, Fragezeichen, haben die Modelle spezielle Königsdisziplinen, also können sie etwas ganz besonders gut, zum Beispiel Vocals oder Drums oder umgekehrt, gibt es Modelle, die man bloß nicht für Gesang oder Gitarre oder nimmt. Ich danke dir und sende dir musikalische Grüße aus Rheinland-Pfalz. Jörg, liebe Grüße schon mal an dieser Stelle zurück, lieber Jörg und vielen Dank für die Frage, die mir doch tatsächlich so viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Denn es gibt nicht die ein oder andere Antwort, es gibt kein, kein, so geht's auf jeden Fall und so geht's auf keinen Fall, denn gerade die beiden Kompressoren L176 und LA2 sind zwar in ihrer Bedienung unterschiedlich, aber sind durchaus Feel-Good-Kompressoren, möchte man sagen. Also Kompressoren, die man nahezu auf jedem Signal benutzen kann, man kann ein kleines bisschen differenzieren, das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an, aber ich möchte die Frage vor allem auch an dich und an euch draußen in der Recording-Blog-Familie mal weitergeben. Das heißt, was sind eure Anwendungsszenarien für L176 und für LA2A oder für den ganz normalen Stock-Kompressor, den ihr in eurer DAB vielleicht drin habt, schreibt es doch mal gerne unten in so einer Art Antwort-Bibliothek, wollen wir da ein kleines Wiki raus machen, so eine kleine Wikipedia, wo drin steht, wo du den Lieblingseinsatzzweck von deinem L176 oder von deinem LA2 oder von deinem Stock-Kompressor hast und vor allem, welches Modell du nimmst. Nimmst du die eingebauten aus dem FAT-Channel, nimmst du vielleicht die Varianten von Waves oder von Universal Audio, mischst du vielleicht, gibt es IK Multimedia oder welche Kompressoren, setzt du am liebsten ein, vielleicht auch Slate, es gibt ja so viele Hersteller mittlerweile und jeder hat ja dann auch einen Klon von L176 und LA2A am Start. Wir schauen uns jetzt aber gleich erstmal hier nochmal die beiden Varianten an, damit wir mal grob verstehen am Einsatzgebiet, wo man sie einsetzen kann, aber wie gesagt, schreib es gerne unten in die Kommentare, was ist dein Lieblingseinsatzgebiet für LA2A, für L176 oder für den Stock-Kompressor, vielleicht hast du ja auch noch einen anderen Kompressor, den du gerne einsetzt, wie den Distressor oder sonstiges. Wir nehmen mal die Drums, die ich hier vorbereitet habe, hier in unserem Song, den wir gerade für ein Mikro ein Song hier am Start haben und da habe ich den FAT-Channel mal reingeladen. Wie gesagt, ich benutze den L176 nahezu auf allem, was mir irgendwie unter die Finger kommt. Ich liebe den einfach, weil er so unfassbar einfach einzustellen ist und ich nehme den hier aus dem FAT-Channel zum Beispiel von Studio One, vor allem, wenn ich nur mit Stock-Plugins arbeite. Ansonsten nehme ich halt gerne persönlich die von Universal Audio, weil diese eben nicht nur das Regelverhalten nachbilden vom L176 oder auch vom LA2, sondern auch diese ganzen Schaltkreise und beim LA2 sogar das Röhrenverhalten, also den gesamten Klangcharakter der Geräte nochmal nachbilden. Aber wie gesagt, sie sind sehr einfach einzustellen, LA2 und L176 und wir fangen einfach mal mit dem LA2 an, weil der ist wirklich, also einfacher geht es ja mit dem Kompressor nun wirklich nicht. Wir haben im Prinzip nur zwei Knöpfe, die wirklich wichtig sind und die beim Original LA2 dabei gewesen sind. Einmal Gain und einmal Peak Reduction und Peak Reduction sagt es schon, mit diesem Regler stellst du einfach nur ein, wie stark der Kompressor ins Signal eingreifen soll. Das heißt, du stellst einfach hier bei dem Peak Reduction Regler erstmal ein, haben wir das auf Solo stehen? Ja, dann machen wir das Schlagzeug mal an. Einfach hier ein, wie stark die Kompression sein soll. Wenn dir der Sound gefällt, also dieser, mir gefällt der jetzt nicht, aber dir vielleicht, du willst es so haben, dann lass es so stehen. Aber du kannst dann einfach hier mit dem Peak Reduction Regler so dafür sorgen, dass du zum Beispiel so 3 bis 6 dB Reduktion hast. Und das, was du dann durch die Reduktion wieder verlierst, kannst du dann hier durch den Gain wieder aufholen. Ganz einfach. Machen wir mal an, aus. Plus ohne. Und das Verhalten vom LA2 kann man wie folgt beschreiben. Es ist ein optischer Kompressor, das heißt, du musst dir vorstellen, in dem Gerät selbst ist eine kleine, machen wir es mal ganz simpel, eine Lampe und eine Diode. Je lauter das Signal reinkommt in den LA2, umso heller leuchtet die Lampe und diese Diode misst dann die Helligkeit von dieser Lampe. Und je mehr Licht auf der Diode ankommt, umso höher ist der Widerstand in dieser Diode, also umso mehr wird das Signal geregelt. Das ist ein sehr simples Aufbauen von dem Gerät innen drin, aber natürlich ein röhrenbasiertes Gerät, also dann doch wieder sehr kompliziert. Und das Originalgerät ist, glaube ich, 3 oder 4 HE sogar hoch, also richtig riesig. Aber die Funktionsweise ist trotzdem sehr musikalisch, aber prinzipbedingt sehr langsam. Ich will sagen, Transienten, schnelle Transienten von Drums zum Beispiel, kommen sehr schnell durch. Das heißt, du kannst mit diesem Kompressor zum Beispiel Transienten rausarbeiten und kannst dafür sorgen, dass du so eine ganz smooze, so eine ganz smooze, das ist auch ein schwieriges Wort, so eine ganz gemütliche Kompression tatsächlich hinkriegst. Also nutze ich den LA2 zum Beispiel bei Instrumenten, wo ich nur ganz vorsichtig komprimieren möchte, wo ich so 2, 3, 4 dB mal rausnehme. Bei Akustikgitarre, bei Vocals kann man das sehr schön machen, bei Drums habe ich den LA2 nicht so oft im Einsatz, aber bei Bass zum Beispiel kann man ihn auch sehr schön einsetzen. Und du, wie gesagt, schreibst mir ja gerne unten in die Kommentare rein, wo du ihn gerne einsetzt. Ich benutze in der Regel häufiger den 1176, weil er einfach a. schneller regelt und b. für mich auch genauso einfach einstellbar ist, aber ein kleines bisschen mehr Regelmöglichkeiten dann doch hat gegenüber dem Stock-Kompressor. Wenn wir uns den mal angucken, hier den Stock-Kompressor, da siehst du ja, dass alles da ist, was man heutzutage von einem modernen Kompressor erwartet. Threshold kann man einstellen, Ratio, Keyfilter kann man noch einstellen. Das ist so ein Low-Pass-Filter, mit dem man einstellen kann, auf welche Frequenzen der reagieren soll oder nicht reagieren. Ich gehe jetzt zu viel ins Detail, das möchte ich eigentlich gar nicht, denn ich habe schon mal eine Reihe dazu gemacht. Kompressor Basics hieß die Reihe, in der ich alles erklärt habe, was bei Kompressoren dabei ist. Falls du das verpasst haben solltest, kann ich dir das hier oben mal einblenden oder du findest einen Link unten zu meinem Blog, wo das verlinkt ist. Und hier sind noch weitere Attack, Release, die Klassiker, dann Gain, das ist der Auto, das Make-up-Gain. Und dann siehst du hier noch weitere Einstellmöglichkeiten, also sehr versatil einstellbar. Und wenn du mit diesem normalen Kompressor arbeiten möchtest und dich da mal reinhören möchtest, empfehle ich dir, dass du dir einfach mal bei dem Material, was du da reinspeist, einfach mal hier die verschiedenen Presets anguckst. Denn die Presets sind natürlich nicht Presets, die irgendjemand bei PreSonus mit einem Würfel ausgewürfelt hat, sondern er hat sich was dabei gedacht. Das heißt, du kannst von den Einstellungen, die die Presets hier wählen, auch durchaus viel lernen. Kommen wir nochmal zurück zum 1176, den hatte ich ja gerade angesprochen. Der ist dann deutlich schneller, weil dieser mit einem Transistor gesteuert wird. Auch da das Verhalten, wie das genau aufgebaut ist, das Gerät, möchte ich uns jetzt hier an dieser Stelle ersparen. Wenn es dich interessiert, klick einfach mal in die Wikipedia, da steht es auf jeden Fall erklärt, wie es funktioniert. Hier nur so viel, der 1176 hat einen festen Threshold. Das heißt, der Threshold ist komplett festgelegt und wenn das Signal, was da reinkommt, leiser ist als der Threshold, regelt das Gerät überhaupt gar nichts, dann komprimiert er nicht. Das heißt, du musst über den Input-Regler hier dafür sorgen, dass das Signal überhaupt erstmal über den Threshold hinauskommt, also lauter ist als diese eingestellte feste Grenze, damit er überhaupt komprimiert. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man kann sich da sehr schnell dran gewöhnen, indem man einfach beim Input so lange regelt, zum Beispiel bis man, was weiß ich, hier auf der rechten Seite dann 6 dB Peak Reduction, das englische Wort, also Reduktion, Einschränkung der Peaks siehst, der Pegelspitzen, so ist es richtig. So, bleiben wir mal beim Deutschen. Also Einschränkung der Pegelspitzen siehst und dann regelst du einfach entsprechend am Output wieder ein bisschen zurück, damit das ganze Signal, weil es ja vorne laut reingegeben wird, nicht hinten raus zu laut wird. Also erstmal das Zwischenspiel zwischen Input und Output ist ein sehr spannendes und dann hast du eben noch hier Attack und Release Zeit und die unterscheiden sich dann doch deutlich von dem, was im LA2 fest verdrahtet ist. Denn während der LA2, ich glaube der hat eine Attackzeit von ungefähr 50, 60 Millisekunden, also wirklich sehr langsam, hat der hier, der L176, eine zwischen 0,8 Millisekunden, 0,8 Millisekunden und 0,02 Millisekunden geschuldet, weil es halt Transistor gesteuert ist und das ist also sehr, 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 sehr schnell. Ich glaube, es gibt heutzutage auch kaum Kompressoren, die überhaupt noch schneller sind oder genauso schnell sind. Ist aber auch nicht immer gefragt, nur so viel beim L176 kann man halt wirklich dann auch schnelle Transienten abfangen und damit wirklich sehr, sehr flexibel arbeiten. Ich empfehle aber tatsächlich, dass man sich diese Regler einfach mal anhört am Material, damit du wirklich verstehst und auch wirklich einen Eindruck von dem hast. Also ich kann da viel drüber reden, aber Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Hören ist Gold in dem Fall. Das heißt, setz dich einfach mal mit dem Gerät hin, nimm dir eine Stunde Zeit, reicht auch eine halbe Stunde, aber nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit und hör dir einfach mal wirklich an, was die Regler machen. Denn mit der Release-Zeit zum Beispiel, die ist fest verdrahtet zwischen 50 Millisekunden und 1,1 Sekunden. Also die ist variabel einstellbar zwischen 50 Millisekunden und 1,1 Sekunden. Das ist auch schneller als beim LA2, wo auch da das prinzipbedingt auch fest verdrahtet ist. Irgendwo zwischen 0,5 und 5 Sekunden regelt der zurück mit der Release-Zeit. Aber hier beim 1176 kann man das nochmal einstellen. Wir probieren das einfach mal aus. Wir machen jetzt einfach mal ein Hörbeispiel beim Schlagzeug und ich sag dir einfach mal, was ich hier mache. Also wir stellen mal die Attack-Zeit und die Release-Zeit hier in die Mitte und gucken mal, was passiert, wenn wir hier so ungefähr 6 dB Reduktion haben. Okay, haben wir schon mal. Ungefähr 6 dB in der Spitze und jetzt pass mal auf, was passiert. Ich stelle mal die Release-Zeit auf ganz schnell. Das heißt, alles hinter dem Transienten und hinter der Kompression wird ganz schnell wieder im Pegel nach oben. Das heißt, wir holen die Trommel nach vorne, also den Kessel und den Raum. Achte mal drauf. So, also du hörst, dass der Raum und der Kessel lauter geworden sind. Wohingegen, wenn ich das jetzt langsamer einstelle, geht der Fokus immer mehr auf den Transienten vorne, weil der gar nicht mehr so schnell zurückregeln kann. Und solche Spielchen, die musst du dir einfach mal anhören. Du musst es ausprobieren. Also ich setze den 1176, wie gesagt, gerne auf nahezu allem ein, aber tüftel dann gerne damit rum, dass er eben vom Kompressionsverhalten zum Beispiel das macht, was ich mir dann in dem Moment vorstelle. Entweder die Transienten rausarbeiten und den Raum ein bisschen runterdrücken, dann ist die Release-Zeit ein bisschen länger. Oder ich möchte den Raum haben, zum Beispiel bei so einem Drum-Loop oder bei so einem Drums, so wie wir sie jetzt zum Beispiel haben. Dann drehe ich die Release-Zeit ganz schnell und kann dann hier mit der Attack-Zeit zum Beispiel noch ganz langsam gehen. Dann machen wir auch nochmal. Jetzt ist zum Beispiel, stellen wir mal die Release-Zeit auf relativ zügig. Jetzt hörst du, dass der Transient richtig schön rausgearbeitet ist. Wohingegen, wenn ich den auf ganz schnell stelle, kriegt der so früh einen auf den Deckel, dass der Transient nicht wirklich wieder gut durchkommt und dadurch würde sich die Trommel jetzt zum Beispiel im Mix nicht so gut durchsetzen. Also könnte man jetzt hier zum Beispiel zurückregeln. Und solche Spielchen, solche Interaktionen zwischen den Reglern musst du einfach mal ausprobieren. Das heißt, es gibt kein richtig, kein falsch. Probier es einfach aus, spiel mit den Reglern und wenn es dir gefällt und vor allem im Mix funktioniert, dann ist es richtig, definitiv. Ich setze den 1176 auf Vocals ein, auf Gesang. Ich setze ihn auf Drums ein, auf Bass, auf Akustikgitarre und auf nahezu allem, wo ich irgendwo einen Kompressor brauche, weil ich einfach mag, das so einfach einzustellen. Klar benutze ich auch andere Kompressoren und klar benutze ich auch mal den Stock-Kompressor, der eingebaut ist. Aber das ist so ein Anwendungsszenario, mit dem 1176 kannst du nahezu nirgendwo was verkehrt machen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was du, was ihr hier unten drunter schreibt, wo ihr euer absolutes Einsatzgebiet habt, wo ihr auf keinen Fall darauf verzichten wollt. Und dann wollen wir einfach mal gucken, dass ich dieses Quick-Tipp-Video jetzt auch mal abschließe und genug gelabert habe, bevor du dich jetzt hier gleich noch im Kreis drehst, weil ich dich schwindelig gelabert habe. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Glock. Und bis dahin wünsche ich dir von Gutem und das Beste, mach's gut und Yasu!